Für das Team des Technico mit Weiter Motorsport hat die neue Saison begonnen. Am 28. April 2011 wurde der neue Rennwagen enthüllt. Nach einem unterhaltsamen Rahmenprogramm wurde Phoenix zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Der Vogel trägt die Farben Gelb, Grün und Schwarz, die in diesem Jahr von den Sponsoren Cotesa und MPT geliefert werden. Das Gewicht des Rennwagens wurde durch Leichtbauweise drastisch verringert, was dem Team bei den Rennen bessere Chancen auf gute Plätze einräumt. Durch eine spezielle Bauweise der Pedalerie kann Phoenix optimal auf die Größe verschiedener Piloten angepasst werden. Auch Frau Dr. Ursula Zenger, Vertreterin einer der zahlreichen anwesenden Sponsoren, war von dem neuen Wagen und der Show begeistert. Es war wieder ein tolles Erlebnis für mich. Eine Wiederholung? Nein. Jedes Mal ist es etwas Aufregendes. Für euch, aber auch für uns. Und der Wagen in seiner gelben, strahlenden Farbe hat mich begeistert. Zumindest erst mal von außen. Bis in die Nacht hatten die Besucher die Möglichkeit, den Boliden hautnah zu erleben. Das Na SETEL0s preached. Bis in die Nacht ist es das Zahnarzi McOOse wurde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.